Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Wir gucken uns heute die Level von Jeff Gershman an, Gründer von Giant Bomb. Hier haben wir, wenn man vielleicht an dem Thumbnail sieht, ein Level, was mir schon ein bisschen missfallen hat. Da gibt es ganz speziell eine Stelle, die man meines Erachtens so ein bisschen angenehmer hätte machen können. Aber Day One Fun werden wir mal herausprobieren. A Couple of Rough Patches, but nothing too serious. Very doable. 31.000 Versuche und 3,62 haben das Ganze bisher geschafft. Very doable. Ein angebliches, klassisches Level. So, wir starten. Eis kriegen eine Vergrößerung. Sehr reizend. Wir können hier nicht rein. Okay, die zerlegen wir erstmal ganz simpel. Wow, what the? Hm, okay, also hier scheint keine zu sein. Oder doch? Wow, wow. Also die Eis... Wow, da kommt einer runtergeplumpst. Also die Eis-Sachen sind schon ganz, ganz fies. Sei es rutschige Sachen. So, und jetzt kommt hier die Sache, die ich meinte. Und zwar, man fällt hier runter und man bekommt überhaupt keinen Hinweis, wo man runterfallen muss. Und gerade das Runterfallen ist es definitiv nicht. So, man muss es nur ganz leichtig scheinbar nach links begeben. So, ich warte nur darauf, dass dieses Level die Idee hat, dass man nicht groß sein darf, um irgendwas zu schaffen. Und das Level ist natürlich so aufgebaut, dass man, wenn man erstmal groß ist, dass man sich aus dieser Sache nicht so einfach befreit. Tja, interessant. Da frage ich mich, was im Hintergrund passiert, dass der Kollege da einfach ins Nirgendswo runterplumpst. Oh, da ist Musik dabei. Vielleicht ist das der Witz, das man realisieren muss anhand der Musik, wo man genau sein darf. Okay, also da ist scheinbar der Witz dahinter. An dem Trommeln kann man so ein bisschen erkennen. Oh, great, Wiggler-Time. Oh, und da bin ich komplett wieder zum Anfang runtergefallen. Das ist sogar halbwegs, whoopsie. Das ist sogar halbwegs interessant und lustig. Okay, meine Frage ist, gibt es irgendwas, wenn das Spiel hat in der Art keinen Spin-Jump. Man muss aber trotzdem realisieren, wie man das Ganze angeht, um an den Angry Wiggler, oder auf den Angry Wiggler zu kommen. Ohne dabei... Wow. Ohne dabei logischerweise zu früh drauf zu kommen, oder zu spät, oder wie auch immer. Ja, okay, also hier musst du auffassen, wie du dann auch wieder springst. Wow. Okay, also der fällt nach einer Zeit einfach. Wo da die Logik ist, ist mir nicht klar. Aber hey. So, ich hoffe, das ist richtig. Das Trommeln kommt gelegentlich immer und immer wieder vor. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben Zeit. Das heißt, ich kann mich ja auch schon mal hier festhängen. Hm, okay. Wow, okay, also es ist sehr, sehr einfach, dass man einfach dranhängt und es so überhaupt nicht hinbekommt. Da muss man erstmal lernen, wie das Momente funktioniert. Dann sieht man da auch schon, Das Eis soll dann später als Plattform genutzt werden, was logischerweise zu dem Zeitpunkt dann respawned ist. Okay, also wenn man erstmal weiß, was man... oder wo man hin muss, dann ist das durchaus sogar machbar. Aber ich persönlich hätte dann doch gewünscht, wenn da so eine gewisse Münzenlinie einfach gegeben wäre. Aha, okay. Machbar. Okay, what? Warum spawnt da manchmal einer... Achso, spawnt der vielleicht einfach schneller? Das könnte der Fall sein. Weil ich glaube, man kann nämlich mittlerweile bei einigen Sachen die Geschwindigkeit selber definieren. Und ich glaube, in der Vergangenheit ist es nur möglich, was zu sagen, hey, der macht jetzt schneller, denn der macht langsam und das ist es. Wow, okay. Ich wusste gar nicht, wie viel der runterfallen kann, wenn man sich so versucht, ein bisschen zu beeilen. Das ist überraschend, wie groß das Level sein kann. So, ich habe noch ein extra HP. Das ist angenehm. Oh, da hat der Drecksack sich zurückbegeben. Das heißt, der wäre eine Gefahr geworden. So, das Gute ist, ich habe jetzt also hier ein extra Leben, das ich nutzen könnte, um einfach hier durchzurennen. Oh. Ha. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es so eine Art Bosskampf jetzt sein soll. Und man nebenbei aufpassen muss. Ja, sehr gut. So, gleich auf Richtung hier drüber klicken. Also kurz gucken. Okay, auch keine Arschlussachen, dass man auf einmal nicht mehr rauskommt. Oh, Glück gehabt. Wow, hi. Hooray, wir haben es geschafft. Ja, das Level ging im Endeffekt in Ordnung. Mein großes Problem war einfach nur mit dem Pit, dem man ins Nichts fällt. Dementsprechend, ich kann jetzt hier leider weiterhin, finde ich schade, dass man das nicht rückgängig machen kann. Hm. So, dann gucken wir doch mal. Dann kann man ja auch wieder über sein eigenes Profil hier gehen. Was für hochgeladene Level er noch hat. Achso, das ist bisher nur das zweite noch. Okay. Crustionable choices. This one shouldn't give you much trouble. Highly durable. Ich sehe ein Thema. 38.000 Versuche. 1,73% haben es geschafft. Und das Thumbnail scheint so ein bisschen zu versuchen, Help zu schreiben. Oh boy. Kurz und knackig Thema. Besiege alle Bowser Juniors 1 und erreiche das Ziel. Okay, ein interessanter Level Condition. Was es jedoch bedeutet, ist eine andere Frage. Okay, also ich habe das Gefühl, dass ich da vielleicht nicht so einfach... Okay. Das scheint die Herausforderung zu sein. Man kann nicht einfach da runter plumpsen, um rüber zu kommen, sondern man muss wirklich versuchen, sich hier clever anzustellen. und ich kann es nicht ganz klar, wie ich da wieder hochkomme. wo ich mich schon fast wieder... Ups, siebt. Das fiese ist, wenn man nur Bereiche, die eingroß sind, einfach entlangläuft. Dann sieht man zum Beispiel hier, ich fahre nicht runter. Aha, man sollte es nämlich ignorieren. Aha, okay. Man soll also auf die Tür oder zur Tür rankommen. Man muss also ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Um da ranzukommen. Mhm. So, ich glaube nicht, dass man damit genug Geschwindigkeit auch auf die nächste Tür kommt, die man jetzt erreicht. Okay. So, ein Drecksack, der da entlangläuft. Mhm. Okay, ein Yoshi, das gefangen ist. Oh, what the? Deswegen, ich bin hier sprungen, ob da noch... Oh, schoo, du musst da rankommen. Inzwischen auch interessant zu sehen, dass man das von hier bereits entdecken kann. Das Lär ist also doch relativ kompakt gehalten. Wut, 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 wut. Haha. Okay, also ich versuche mal jetzt, wenn der dann da unten ist, auf den drauf zu äumeln. Und dann den zu nehmen, dann versuchen, da hinzukommen? I don't know. Ach, come. Ah. Also ich sehe natürlich schon, das soll einer dieser herausfordernden Sprünge sein, aber ich würde wirklich sogar sagen, dass wenn man sich nicht zu dumm anstellt, dass das sogar ernsthaft machbar ist. Oh. Warum habe ich den beim ersten Mal nicht dann rausgeäumelt? Hm, da ist auch eine Logik, die mir nicht offensichtlich ist, wie das genau aussieht. Oh, da war ich sehr großzügig mit dem Abstand. Oh, okay. Also da darf ich auch nicht wieder raus. Also ich weiß nicht, was ich mache, wenn der Kollege da rausploppt. vielleicht lasse ich den wirklich einfach laufen. Wie beim ersten Mal, dass man den einfach ignoriert beziehungsweise vielleicht einfach jetzt so macht. Genau. Okay, also Ja, und da ist das Problem, was ich wiederum habe, dass ich keine Ahnung habe, wie die Physik funktioniert oder wie die Gameplay-Mechaniken funktionieren. Das ist also, das müssen wir dann vielleicht einfach gleich mal testen, ob man im Sprung das Ding nach oben werfen kann. Ich weiß, dass es möglich ist. Ich habe ja so Kaiso-Sachen ja schon mal gesehen gehabt, dass man da irgendwelche Sachen jugglen kann. Aber halt, ich könnte euch... Warum hast du den A nicht aufgehoben und warum hast du dich da B gegen geäumelt? Ach so, der ist da einfach auf die andere Seite rausgeflutscht. Ah, I see. Wuppala. Ja, damit habe ich es mir versaut. Das heißt, wir müssen das ganz kurz nochmal neu wippen. Bitte clever anstellen dabei. Es ist möglich. Okay. Ich muss nur ein Timing dafür entwickeln. Okay, also da ist wirklich abhängig von welcher Seite man den Kollegen trifft. Wo er dann rausflutscht. Interessant. dass so eine Technologie zu dem Zeitpunkt schon existierte. Und ich gehe mal von aus, dass es wirklich etwas ist, was damals schon existierte. Das arme Yoshi. Okay, also da bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich das genau machen muss. Da muss man meistens nicht nur ein Timing entwickeln, sondern man muss auch genau wissen, was für Tasten man drücken muss. So blöd das klingt. Damit er das Zeug überhaupt loslässt. Denn es ist natürlich klar, ich halte die Sprinten-Taste gedrückt neben dem Springen selbst, was man ein bisschen zu früh. Ich gehe mal von aus, dass es auch hier in dem Level keine ernsthafte Möglichkeit gibt, diese Herausforderung, die wir hier gerade haben, zu umgehen. Aber die Idee mit der Wippe ist nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Haha, nice. So, wir nehmen das Ding natürlich mit. Ein bisschen danach riecht es nämlich. Mhm, okay. Oh, okay. No! Hm. Also, den Panzer dabei zu haben, ist eine richtige Entscheidung. Weil damit kann man einen Hit reinkriegen. Und dann muss ich erstmal realisieren, wie sie sich verhält. also, ich denke, man sieht ganz klar, dass ich nicht jemand bin, der ernsthaft viel Ahnung von diesen Spielen hat. Dementsprechend viele Verhaltensregelungen sind mir einfach unklar von den Gegnern. Aber in den meisten Fällen ist der Fall, dass gerade diese Cooper Boys oder wie auch immer sie genannt werden. Oh, wow. Oh, der ist... Der Gegner ist nicht schwer, aber er ist fies. Und weil man auch keine Möglichkeit hat, wenigstens einen Hit zu tanken, kann man sich da auch nicht viel an Fehlern erlauben. Was in Ordnung ist, so ist es nicht. Aber gerade, wenn man... Ja, da passiert natürlich auch diese dummen Fehler. Ah, ne ab. Na gut. Mittlerweile haben wir das sogar relativ konsistent, dass der Kollege auf der anderen Seite rauspluppt. So, hier ist mir, denke ich, auch relativ wichtig. Er hat es schon wieder geschafft, es genauso zeitlich abzuwehren. Come on. Warte, ihr hört, dass man auf dem Kopf für Eumid ist, dann hat er es trotzdem mal geschafft, den Feuerball rauszubekommen. Unglücklich. Leicht unglücklich. Wah, bla, 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 bla. Haha, fast zu weit der Rand. Na, jetzt muss ich aufpassen, weil ich den diesmal nicht auf der richtigen Seite rausgeplupst habe. So, clever anstellen, sehr gut. Ich frage mich, ob es hier irgendwas versteckt gibt. aber scheinbar nicht. So, der sollte ja nur drei Angriffe... No, da springt der auf einmal randomly. What? Was ist ein Frechdachs? Ernsthaft? Also, hier muss ich natürlich sagen, mittlerweile hatte ich mir eigentlich gehofft, dass ich den schon besiegt hätte. leider noch nicht. Ich frage mich, ob man die Kollegen, die ihn schleppen, ob man den irgendwie... Oh, natürlich auch dieser Eisboden ist natürlich eine richtig fiese Sache. Hooray, wunderbar. So, jetzt will ich natürlich vorsichtig sein. Mhm. Weil das Level ist nämlich noch nicht geschafft. Oh, shit. Oh, holy shit. Oh, boy, was willst du von mir spielen? Oh, ich hasse Eisboden. Okay. Ich warte erst mal so ein kleines bisschen. Nicht, dass du auf einmal irgendwelches... Warum ist hier alles rutschig? Okay. Okay, da wurde ich jetzt... Das ist jetzt der fiese Witz, dass man den hätte woanders einsetzen sollen. The fuck? Ah, ja, das ist leider eine Sache, die... Die Giant Bomb sich so ein bisschen angewöhnt hat, wenn sie zum Beispiel... Das ist in dem Fall ja nicht der Fall, aber wenn sie so Koop-Level oder Zusammenlevel erstellen, dass sie ganz gerne so Türen einbauen, die einfach fuck you-Türen sind. ein bisschen schade, denn das Level war bis zum... Ups, da ist natürlich noch ein Fehler. War bis zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ gut. Und dann meinte man dann halt, sowas einzubauen, wo man, wie bei Dan Reichert, einfach nicht von Anfang an wissen kann, was man zum Kuckuck machen muss. Der einzige wirklich positive Punkt, den man einfach hier anmerken muss, ist, man hat nicht irgendwelche Leben. Das heißt, das ist nicht der Fall, dass man sagt, oh, man hat's versucht und jetzt kann man's nicht mehr machen, weil das Spiel jetzt halt dir keine Leben mehr gibt oder ähnliches. Man kann unendlich lange versuchen. Das ist ganz in Ordnung dementsprechend. Aber natürlich, wenn man dann... Und ich denke, da ist dieses Bad Time in the Forest immer noch einer der furchtbaren Exemplare. Man kann sich halt richtig gut anstellen und... aber trotzdem in jeder Sekunde versagen. Einfach weil das Level viel zu lange ist und viel zu herausfordernd zum Teil. Warum springe ich da eigentlich runter? Der Kollege läuft doch eh da lang. Um dann auf einmal nicht da lang zu... Du Dreckskind. So, hier gleich springen und den ersten gleich ihm entgegen zu werfen. Genau. So, jetzt müssen wir wissen, bei dem... Maui. Bei dem dritten springt er hoch. Okay. We are back. Wunderbar. Wunderbar. Oh boy. Hier muss man natürlich jetzt wieder... Vorsicht... Dich... What the fuck am I doing? So, wo will man das erneut? Diesmal ohne dabei zu dumm zu sein. Eins, zwei... Beinahe. Beinahe hätte ich das richtig getimt. Aber das ging nochmal alles halbwegs... In Ordnung. Der Drecksack fliegt höher als vielleicht erwartet. Machen wir, ob ich das diesmal nicht geschafft habe. So, guten Tag. Nummer eins. Nummer zwei. So. Eins, zwei, drei und... Bunk. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur den Rest schaffen, denn der ist lustigerweise meines Erachtens schwerer. Und der ist ja diesmal nicht gesprungen. What the fuck, game? So, der tausendste Versuch Nummer eins, zwei und jetzt eins, zwei, drei Bunk. So, ich muss mir mehr Zeit lassen. Wenn ich damit Geschwindigkeit rüber will, muss ich warten, bis der hintere weiter oben ist. So, zum Beispiel. Yes. So, den mitnehmen. Okay, und jetzt müssen wir rausfinden, wo zum Guckuck ich hin muss. Denn das ist ja leider nicht offensichtlich gemacht von ihm. Von dem Level. So, wir sollen nicht den öffnen. Aha. Ja, der Level dient also tatsächlich nur dafür, um... oder der Schlüssel, dass man den Gegner besiegt hat, aber nicht um eine Tür dabei zu öffnen. Oh boy. Mit Ausnahme von der letzten Dache war das ordentlich. Da war eine gewisse Herausforderung dabei, man muss so viele Sachen lernen. Und ich finde es beängstigend, dass Leute das in 33 Sekunden schaffen. Bitte fragt mich nicht wie. Gut, dann kommen wir auch heute hier zum Ende. Das waren jetzt zwei Level, die doch extrem viel Zeit beansprucht haben. Das ist im Nachhinein relativ überraschend, aber wir haben natürlich auch mehr oder weniger jeden Versuch da hier gerade so gezeigt. Gut, beim nächsten Mal habe ich aktuell... Das ist natürlich immer so die Sache, man muss darauf achten und gucken, ob vielleicht Leute neue Sachen hochladen. Aber bisher sind wir so gut wie fertig. Ich habe nämlich jetzt hier noch von Jeff Ranch Level hier herumliegen. Und diese werden wir dann beim nächsten Mal machen. Aber es wäre noch ganz schick. Und da werde ich natürlich eine Seite selber suchen, aber andererseits könnt ihr auch euch selber noch melden, dass ich dort noch ein paar weitere Level finde, die von euch gemacht worden sind. Ansonsten werden wir einfach ganz simpel hingehen und einfach mal ein paar zufällige Level spielen. Okay. Ich bin ja irgendwie fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.